Es sollte eine launige Partynacht werden. Doch sie wurde zu einem Drama. Eine Messerstecherei direkt vor der Diskothek Atrium in Dingolfing forderte einen Toten. Am Sonntag gegen 3.15 Uhr kam es also in einer Dingolfinger Diskothek zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Verlauf dieses Streits stach ein 27-jähriger Mann auf einen 24-jährigen Mann ein. Der 24-Jährige erlitt durch den Messerstich tödliche Verletzungen und verstarb noch an Ort und Stelle. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber im Umfeld der Disco vom Sicherheitsdienst festgehalten werden. Aufgrund seiner bei dem Angriff zugezogenen Verletzungen musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er mittlerweile vernommen. Zeitgleich wertete die Polizei einige Zeugenhinweise und das Überwachungsvideo der Diskothek aus. Wichtig für uns wäre natürlich, wenn weitere Personen diesen Vorfall beobachtet hätten, dass diese sich umgehend mit der Kripo Landshut oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Fest steht allerdings, dass der Tatverdächtige am besagten Abend bereits in der Disco auffällig wurde und deshalb aus dem Lokal geflogen war. Der eigentliche Grund für den Streit steht bisher noch nicht fest. Vor knapp elf Jahren ereignete sich in der gleichen Lokalität ein ganz ähnlicher Vorfall, bei dem ein Mann ums Leben gekommen war.